So, weiter geht's in unserem Minecraft Let's Play. Ach ja, richtig. Wir hatten keine Werkzeuge mehr und wir waren auf dem Rausweg. Sonst noch was? Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, hier alles rumzutwinken und habe jetzt mein 64x64 Texturenpack an. Und High Dynamic Range und Multiple in der Aufnahme sieht alles besser aus. Was eigentlich war in der Internet? Egal, jetzt raus aus dem Eisenmässer. Nein, so gut scheint es mehr. Alles verbraten, oder was? Scheiße. Ich musste noch mal in Höhle gehen. Genau. Wir hatten kein Eisenmäher in unseren Nessexkursionen. Oh, jetzt sind wir wieder Zombies da. Oh mein Gott. Och, jetzt sind wir da. Na, schwecken wir da. Oh shit, meine was jetzt passiert gerade nicht. es geht hier auch so ein Käse was soll denn der Scheiß Diamantsch aber keine Dämonen mehr Na gut dann muss ich die Texturen Peck mal ändern werden Scheiße Nein die Kiste ist voll ich nehme einfach das Default Texte Peck ich habe einen kleinen Pflicht ganz viel anscheinend irgendwo gemacht und was nicht richtig eingestellt und Wassertexte und Leine darunter und dieses Texte und Peck sagt mir ich soll das ändern aber auf eine sehr nette Art und Weise indem es auf die Wassertexture malt schreibt benutzt doch mal den Petsch okay damit sind wir wieder bei dem Standardtexte Peck bis ich das gefixt habe geht jetzt auf die schnellen mal eben nicht so aber jetzt habe ich hier Wasser ja okay Standardtexte Peck besser funktioniert wie gehabt egal ähm High Dynamic Range ist nur noch extra hier das sieht im Nether viel besser aus der der Tal ist ein bisschen sehr hell im Moment äh das geht auch gar nicht okay egal ich verlaufe mich vor allem mal wieder herrlich hier habe ich denn die falsche Richtung? hier war ich noch nicht hier war ich noch nicht he 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 Oh man, ich werde es nicht so mit ihm verschlagen. Na ja, hier gibt es eine schöne Schlucht, wie es aussieht. Nein, ich bin vergiftet. Ja. Kommt erst mal ein bisschen heißen. Dann mach ich mir mal wieder, was ich kann und gehe hier runter. Ist ja nicht so schlimm. Ja. 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 Drei, zwei, drei, vier, vier, vier. bye bye es war schön nicht gehabt zu haben so schützen k k Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, ich glaube nicht, dass ich hier runter rennen will. Oh nein. Ach, Mist. Hm, mein Lieber. Alles sind schmerzen. Okay. Okay. So, jetzt habe ich ein bisschen verlaufen. Okay, mal ein bisschen aufräumen. Okay, mal ein bisschen aufräumen. Okay, mal ein bisschen. Okay, mal ein bisschen. Okay, mal ein bisschen. Okay. Okay, mal ein bisschen. Okay, mal ein bisschen. Okay, mal ein bisschen. Okay, mal ein bisschen.